Es brodelt heftig im Erzgebirge. Fanfrust in Aue nach der höchsten Drittliga-Heimpleite der Vereinsgeschichte. Die Pfeilchen, von wen Wiesbaden zerpflückt und der neue Trainer selbstkritisch. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich eine Mannschaft aufs Feld schicke, die hier bestehen kann, die hier Spiele gewinnen kann. Deswegen absolut kein Vorwurf von meiner Mannschaft, sondern den Schuh muss ich mir selber anziehen. Zwei Punkte und nur drei Tore nach vier Partien. Der Absteiger präsentiert sich auch in Liga 3 wie einer. Philipp Clewin schon achtmal überwunden. Gegen Wiesbaden war er gleich fünfmal machtlos. Und das lag nicht nur an Sonntagsschüssen wie diesem hier von Timon Goppel, sondern vor allem auch am desolaten Defensivverhalten seiner Vorderleute. Aue aktuell im freien Fall und die Fans mit einer klaren Botschaft. Die Ultras hingen aus Protest schon während der Partie ihre Banner ab. Beim FC Erzgebirge herrscht Alarmstufe Rot. Dass wir die Fans so schnell nicht mehr zurückkriegen, das werde ich dem einen oder anderen auch sagen. Das ist nicht so einfach. Wir müssen uns das wieder erarbeiten. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt den Kopf oben behalten. Wir sind am Anfang der Saison und positiv in die Zukunft schauen. Die nächsten Aufgaben haben es allerdings in sich am Samstag. Live zu sehen bei Sport im Osten geht es nach Saarbrücken. Und dann kommt Dynamo Dresden zum Sachsengipfel.